Guten Tag, willkommen zusammen, ich erzeile euch auf heute Klassiker Horizon, Intellectualität, Programm, an dem ich in den letzten Monaten gearbeitet habe. Er hat schon mal alles, was mit der Technik-CRD gemacht, Schaltbahn, Layout, einige, und wer war mit seinem Programm zufrieden, wirklich? Nicht so arg viele, ich auch nicht, deshalb habe ich mein eigenes gebaut. Jetzt fragt man sich erstmal, ja warum, wir haben 2017, ich unterricht um die CRD, machen Menschen schon seit 30, 40 Jahren, warum brauchen wir noch ein Programm? Weil von den Programmen, die es momentan gibt, im Grunde von meinen freien Programmen, hat keines so wirklich meinen Wünschen an dem NSCAD-Programm entsprochen. Deswegen, ich lege jetzt bei Horizon auf der sinnvollen Verwaltung von Bauteilen, Symbolen etc., Rendering, das die Möglichkeit von OpenGL reinnutzt, einheitlicher Editor, das heißt, praktisch ein Editor für Symbole, Packages, und was man so trotzdem braucht, und dass die Information, das heißt, die Konnektivität von Bauteilen aus der Netzliste kommt und nicht aus dem Schaltplan kommt. Was ist noch etwas Neues, später mehr dazu. So, jetzt erstmal so ein paar Quick Facts zu Horizon. Horizon ist gestiegen mit dem C++14, das war noch nicht immer so. Der erste Versuch war im Python gestiegen, weil Python einkommt und so, und das Rendering war in C gemacht, mit einer C-Xension in Python, wo die Daten mit Bs online gereicht wurden, war alles ziemlich hässlich. Ihn Ding dann mal kaputt, als an der Stelle, wo eine Liste war, Doppel war, wo ein JSON hingefallen ist, dann dachte ich, hm, nehmen wir C, da schreibt man in C. Das war dann auch irgendwann lästig, als es darum ging, eine Julio-ID durch die Object durchzureichen. Dann habe ich da auch kein Packment auf C gehabt. Da dachte ich, ja, guck mal ein C++ an, das erste Mal, als ich etwas mit C++ gemacht habe, und, also kann ich Ihnen nur empfehlen. Es sind mittlerweile so ungefähr 26.000 Seilen, also im Vergleich zu einem CRT-Programm doch eher klein. GUI wird gemacht mit GDK, mit GDK3. Soll nicht ganz zu alt sein, weil ich die OpenGL-Technik mit GDK brauche. Das ganze Portion läuft auf Windows und dank MinGB auch auf Windows. Sieht der Windows zwar nicht aus wie eine Windows-Anwendung, weil der GDK überall gleich aussieht, aber es funktioniert und fortgleichermaßen. Das Datenformat ist JSON, weil da muss man nicht nachdenken, und es gibt für C++ auch sehr schöne JSON-Libraries, die man abnehmen. Und alles ist mit GUI versehen, macht Dinge einfacher, muss man nicht feste nachdenken. Wenn man den ID für etwas auch nötig ist, oder GUI generiert und sagt, passt. Jetzt noch eine Liste von Dingen, die schon alle gehen. Gucken wir vielleicht in der Demo ein bisschen schöner. Also ich kann schon passend von so einem CRT-Programm weiter, ich kann Symbole editieren, Schaltplan, Packages, also das ist, weil das Board kommt, auch Badsext Packages, das Board selber kann ich auch schon, Vorteile platzieren und guten so halbwegs. Ich kann Werbeteilen exportieren, wenn man sie auch schnell verdrängen will, DxR importieren, um bei der Schaltung von Footprint sich den Eintrachter zu machen. Ich habe auch schon die Erzählen, was momentan findet, Leiterbahnenweite, die so klein sind oder abschließend zu klein sind. An Relook gibt es auch schon. Ebenso wie eine Zwischenablage, die meistens funktioniert. Also das, was man nicht tut, ist nicht konzeptionär, sondern muss man einfach noch machen, das war zu teuer dazu bis jetzt. So, nun zum ersten Punkt, die Sache mit Libraries. Libraries, wie man sie jetzt z.B. von GIG hat oder EGEL kennt, bei GIG war dann immer irgendwie ein riesen Haufen Chaos und die Struktur war dann irgendwie so ein bisschen erkennbar, aber wenn es dann irgendwie eine spezielle Beutelung gab, war die Struktur nicht mehr erkennbar. Die Biederverbände war auch immer recht ermöglicht, man hat eben eine Standard-Library, dann noch ein eigenes Projekt, macht jetzt ein eigenes Wortpfeiler rein und dann, wenn man ein neues Projekt macht, das muss ich herausprobieren. Ja, und auch recht schnell, die wir sind bei Subvisionsverwaltung, da haben wir eine Datei, da hast du dann gleich eine ganze Länge an, zwischendurch für Symbolen drin, und dann enden wir ein Symbol, und dann kann es recht schnell das ähnliche Klimaschonflikte geben, was mir auch gestört hat, war, dass es keinen Bezug zu kaufebaren Beuteilen gab, das heißt, wenn ich ein Wort später fertigen lassen will, oder einkaufen will die Beuteile, wo du sie in Beuteil rauskommst, was ist es eigentlich genau, und wenn wir jetzt ein Library drin werden, dann einfach sagen, ich nehme jetzt dieses Beuteil hier, und kann es dann auch so bei Digitly kaufen. Bei Horizon gibt es keine Libraries, das ist einfach alles in einem Pool drin, dieser Pool geht momentan auf GitHub, weil man ist daran nicht verpflichtet, den zu nehmen, aber es wäre schön, wenn da alles reinkommt. Alles ist eine eigene JSON-Batei, das heißt, man kriegt weniger für die Merchmark weg, im Idealfall gar keine, wenn man nicht am seltenen was umbaut, und da drinnen sind Bauteile, wo man immer viel kaufen kann, das heißt, ein Bauteil mit Herstell- und Herstell-Teilnummer. Das ist, wie der Pool aussieht, man hat als Obersetzelement ein Part, wirklich ein Wort, das ich kaufen kann. Das ist zudem erstmal mehr. Ein Part wird identifiziert durch Hersteller- und Herstell-Teilnummer, das heißt, jetzt zum Beispiel wäre ein 7-4-HC-0-4-Ecke ein Part, bestenfalls ein Part wie ein anderer Part erben könnte, zum Beispiel ein Part der, zum Beispiel ein S-7-4-HC-0-0-D-Point-I. Das wäre jetzt ein Part, das kann ich einfach kaufen und kriege damit genau immer dasselbe Worteile. Dann hat ein paar noch mehr Parten, wie jetzt Bekonditatoren, Widerständen, einfach Bekondität oder Widerstand. Weiter kann ich auch karantische Daten angeben, das sind recht frei, einfach JSON, wo ich dann durchaus einschreibe, auf eine Spannung oder Belastbarkeit, was ich dann später eine karantische Suche haben kann. Das Ganze wird noch ein bisschen sortiert über Tags, was man auch im Räumen und Buster findet. Und weiterhin ist in dem Part die Zuordnung von den Anschlüssen der Entity zu den wirklichen Paths, die es dann auch in der echten Welt hat. So, nun zur Repräsentation vom Part auf dem Board, die Form eines Packages. Pathpages ist dann also das Geräuse vom Bordeil mit den Anschlüssen und weiterhin noch Dinge wie Tilt-Screen-Cord-Dat, um Maschinen zu überprüfen, Geräuse-Outline. Und was jetzt noch nicht drin ist, aber das kommt, ist ein S-Example Layer, was man auch, sag ich mal, für das, was man in bestimmten Fall exportieren kann. Jedes von diesen Pads hier ist nicht ein Pad, wo ich einfach angehe, das ist so groß, rechteckig und hat diese zu Layer, sondern jedes Pad einzeln gezeichnet. Das nimmt sich dann Padstack. Und jedes Pad referenziert hat immer ein Padstack. Ein Padstack ist dann eine Sammlung von geometrischen Elementen, auch aus Schnelllärern, der zum Beispiel einfach Kupferlärer hat, oben, unten, innen, Nullstoffmaske, Löcher, halt alles, was man eben braucht, um Pad zu machen. Dann sind nämlich auch ganz einfach, beliebige, komplexe Pad-Geometrien möglich, was in manchen anderen Programmen irgendwie nur mit Basteln möglich ist. Ist momentan ein bisschen aufwendig, das heißt, wenn man sie per Bauteil macht, muss man sie immer noch das Pad dazu malen, aber ich finde, der Aufwand ist es wert, dass man dadurch die Textilität mitbringen kann. So, nun zur Präsentation von Bauteilen in der Netzliste. Dazu gibt es die Entities und Units. Entity ist praktisch die logische Präsentation von Bauteilen in der Netzliste. Die sind unabhängig von den Bauteilen, die ich veröffentlicht habe, also von den Parts. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen vierfachen Nand-Gatter habe, die geht so für eine Entity, das Nand-Gatter dann später CMOS, TTL, oder was auch immer ist, mit welchem Beweis es ist, ist der Entity ziemlich egal, da ist ja die Netzliste alles selber dann später. Die ganze Entity hat dann eben Namen und Prefix, der dann im Schatten vorne dran steht, und hat dann verschiedene Gates, also in Logica-Gatter ist dann perfekt für den Gatter, jetzt HBC zum Beispiel, und noch ein Houseply, wenn du dann einmal Namen zufiehst, und noch eine Sort-Group, um dann später mal einzelne Gatter tauschen zu können, um es eher zu vereinfachen. Im Gatter referenziert dann eine Unit, und das ist dann praktisch das, was Andorz bei der Gatter heißt, also praktisch das einzelne Gatter, was das Gatter definiert selber, einen Vorteil. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einmal das Gatter Nand-Gate, kann ich das dann überall verwenden, egal ob es das Wort für jetzt irgendwie vier Nand-Gates hat, weil da ein Nand-Gate hat, oder ein Nand-Gate, und noch ein Law-Gate drin hat, habe ich hier Unit einmal, einmal da, kann ich die immer möglich verwenden. Die Unit hat dann auch Pint, um das anzuschließen, identifiziert durch Name, Richtung Ort immer wieder trocken, um dann später noch Pins trocken zu können, und eine Pin kann noch mehrere Namen haben, das ist ein sinnvolles Mikrocontroller, da haben wir Pins, teilweise eine große Anzahl von Funktionen, und da kann man so ein Pin mehrere Namen, die kann man dann auswählen, welche die Binnen heißen sollte. Und noch zu guter Letzt. Oh, das ist noch nicht mehr. Ah, schade. Eigentlich soll ich hier so eine Folie kommen, mit dem Symbol drin, mit dem Symbol, also wie zu sagen, ist einfach nur die Unit grafisch repräsentiert, das heißt, die Pins aus der Unit werden in das Symbol eingeladen, und ich werde dann später in der Demo in diesem Symbol genau anschauen. Jetzt zum weiteren wichtigen Aspekt, Netzliste, also Schaltplan. Das sind ja viele andere Programme, man ist so, dass man sich den Schaltplan mal auf Netzliste exportieren drückt, dann kommt die Logik an, und dafür zu einem Schaltplan die Konnektivität zu ermitteln, und erzeugt auch aus Netzliste. Ein Problem dabei ist, dass man manchmal merkt, dass man, wenn mehrere Netzsegmente und die teilweise gleiche Namen haben, nicht wirklich klar ist, ob die verbunden oder eben nicht verbunden sind. Außerdem ist es einem schwierig, wenn man einen Schaltplan mal richtig Hinweise zu geben, ob man jetzt gerade z.B. vernetzt verbindet, oder Netze auseinanderschneidet, und es ist auch häufig schwierig, Busse gescheit darzustellen. Den Punkt ist ganz Backhorizon, praktisch genau andersrum. Das heißt, während ich meinen Schaltplan normal die Netzliste aktualisieren, und der Schaltplan wieder, wenn die Operation fertig ist, aus der Netzliste aktualisieren, das heißt, dass die Netze, die ich im Schaltplan sehe, die Netze aus der Netzliste, das heißt, der für mich einen Fehler macht, würde ich ihn gleich sehen, weil, was er in der Person zum Schaltplan anzeigt, ist, was die Netzliste beinhaltet. Und auch den Vorteil, ich muss eine Netzliste mit der Schaltlinie präsentieren, weil, wenn ich z.B. gegen einen großen Sprechborschen anschließen will, ist es schon sinnvoll, das über eine Netze zu machen, und ein paar Informationen aus der Tabelle, aus der Netze, aus der Tabelle, aus der Netze, aus der Netze, in den Schaltplan zurück überführt werden, und macht Dinge deutlich einfacher. Das ist ein weiterer Aspekt von Horizon. Es gibt einen einzelnen Redaktor, der sogenannte interaktiven Manipulator, mit dem, das ist praktisch der grafische Editor für alle, von Symbol über Schaltplan bis hin zum Board, hat einen Vorteil, der ist immer gleich so geliehen, hat über die gleichen Kommandos, man hat mal als Anwendung und muss nebenbei der Anwendung noch als Blick, das ist ein Vorteil, dass man nicht so viele Dinge wieder auf neu implementieren muss. Zudem ist noch ein paar Projektierungsdetails, zum einen das Rendering, jetzt sehen wir am Beispiel vom Board, ich habe hier zu Beginn das Board mit Packages, mit Packages mit Pads und Tracks oder Leiterbahnen, dann kommt da vom Canvas die Funktion Render an, und erzeugt daraus die Datenstruktur die Datenstruktur nicht nur drei, sondern auch die also eben für zum Beispiel Leiterbahnen und die haben auch noch eine zusätzliche Farbe und sind in der richtigen Reihenfolge, dass die Layer-Ordung stimmt, dann werden die auch vom Canvas auf die Grafikkarte geladen, jetzt mit GL Draw Arrays, dann kommen die Vertex und die Germanty Shader, der Vertex Shader an sich macht jetzt nicht arg viel, der Germanty Shader nimmt dann diese einzelnen praktisch Punkte, wo jeder von jedem Punkt entweder so eine Triangle-Datenstruktur ist, erzeugt daraus einen Triangle-Strip, das heißt, bei Dreiecken wäre es einfach nur drei Punkte, beziehungsweise bei Linien mit runden Ecken, wenn das dann einfach ein Rechteck, das praktisch die Linie umschließt, und dann kommt zum Schluss der Fragment Shader an, der dann praktisch die Ecken abrundet oder viele Effekte macht, wie jetzt zum Beispiel hier Schraffuren, muss die CPU alles nicht machen und die Grafikkarte hat ja langweilig ja eh größtenteils, dann hat man damit schon mal die CPU entlastet. Damit man auch noch ein bisschen Art von Interaktivität hat, weil bis jetzt hat man einfach nur ein Bild, mit dem man nichts machen kann, fallen aus der Render-Funktion auch noch sogenannte Selectables raus, also praktisch Rechtecke, mit denen ich Dinge auswählen kann, wäre dann zum Beispiel, das ist einfach jetzt wie hier, so ein Kasten mit einem Punkt in der Mitte, wenn man dann anzeigt, da kann ich was auswählen oder auch auswählen kann, und Targets, auf denen der Mausträger einrasten kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel was verbinden will, rastet der Mausträger auf den Pin ein, dass ich auch wirklich den Pin erwische. Nun, ein weiterer Aspekt mit dem interaktiven Manipulator sind die Tools. Die Tools brauche ich für alles, um jetzt was zu bearbeiten. Jetzt sehen wir am Beispiel vom Schaltplan. Die Tools können jetzt zum Beispiel Tools zum Dinge verschieben oder Tools zum Malen von Netzlinien. Wenn ein Tool gestartet wird, erhält es Eingaben aus dem Canvas. Das heißt, wenn ich meine Maust bewege oder was anklicke, etc. oder eine Taste drücke, kommt das das Tool mit, kann dann auch rausfinden, was man machen muss. Jetzt zum Beispiel Schaltplan und Netzliste entsprechend modifizieren und dann werden Änderungen zurück ins Kern und was propagiert. Das rendert es dann nochmal neu und ich sehe, was ich getan habe. Wenn ich fertig bin, wird ein Comic durchgeführt. Das heißt, die aktuelle Arbeitskopie, in der ich gerade gearbeitet habe, wird auf die Hauptkopie geschrieben und das Ganze ebenso für Netzliste. Das hat einen Vorteil, wenn ich jetzt irgendwas meine Aktion abbrechen will, ist nicht schwierig, ich muss einfach praktisch das Ganze andersrum machen. Das heißt, ich muss einfach die Arbeitskopie setzen durch die andere Kopie und genau. Wenn ich das dann gemacht habe, kommt der Rebuild-Prozess, ist dann eben der Prozess, aus dem der Schaltplan aus der Netzliste aktualisiert wird. Das heißt, der Schaltplan in sich beinhaltet keine Netznamen oder Ähnliches, die werden dann im Rebuild-Prozess aus der Netzliste in den Schaltplan überführt, dass eben der Schaltplan immer das repräsentiert, was ich auch hier und die Netzliste sehe. Nun zu dem, wo ich gerade am entwickeln dran bin, beziehungsweise was vielleicht in der Zukunft noch kommen könnte. Momentan bin ich gerade dran, das DRC auszubauen, dass es ein bisschen mehr kann, als ein Abstände checken, sondern zum Beispiel auch Abstände checken zwischen Lötstopp-Maske und ne, Kupfer, zwischen freiem Kupfer und Silkscreen, dass es da keine Probleme geben kann. Noch ein paar Dinge, noch ein bisschen mit den Netzklassen aufräumen, weil die sind momentan nicht so schön implementiert. Wenn, wie schon eben angesprochen, noch die Layer erweitern, dass ich auch Bedürfungspläne erstellen kann und ebenso eine Mask, ein Layer für Lötpaste, dass man auch später Stencils draus machen kann. Noch ein wichtiges Features, was mir momentan noch fehlt, dass ich Kupferflächen füllen kann. Das ist noch ein bisschen aufwendiger, wegen der ganzen Geomotik-Operationen dafür. Jetzt noch so Dinge, die in ferner Zukunft noch kommen. Zum einen ein ERC, dass ich also checken kann, dass ich jetzt keine Tausenden verbunden habe und so Dinge, die halt nett zu haben sind, wie jetzt zum Beispiel 3D-Export und Darstellung. Besonders wichtig ist eigentlich hier der letzte Punkt, die Integration vom Keycard-Router, von der interaktiven Route, weil der ist wirklich sehr gut. da wurde auch sehr viel Energie reingesteckt und der ist glücklicherweise so aufgebaut, dass er sein eigenes Datenmodell hat. Das heißt, nicht mit Keycard selber arg verwoben ist. Das heißt, dass es machbar ist, den auch an andere CAD-Programme anzuflanschen. Hat ja auch den Vorteil, dass man die ganze Zeit nicht mehr noch neu machen muss und einfach darauf aufbauen kann. Und bei ein Features gibt es auch Dinge, die ich nicht in Horizon sehen will. Dazu zählt zum einen Simulation, sprich Spice, weil die Schaltung, die man am Ende auf dem Board hat, hat eine Regel mit dem, was man simulieren will, recht wenig zu tun. In den Dimensionen will man häufig Vereinsfachungen treffen, zum Beispiel Spannungsregeln durch echte Spannungsquellen ersetzen und andere Dinge. und wir haben auch IT-Spice, das ist meines Erachtens nach gut genug für alles und uns lohnt es sich nicht, da jetzt noch irgendwas anderes zu bauen. Ebenso finde ich eine Autoroute momentan nicht wirklich wünschenswert, weil Autoroute ist, sehr viel Aufwand gescheit zu bauen und den Aufwand steckt man weiß in andere Dinge. Sonst denken Leute immer bei Autoroute, macht Autoroute mein ganzes Board automatisch, die Erwartungen will ich nicht wecken. so Horizon in Open Source gibt es auf GitHub, wenn jemand mitmachen will, ganz einfach hier Issue aufmachen, Pull-Request stellen und Issue aufmachen, praktisch diskutieren, das Feature, das man haben will, dann Pull-Request stellen um das Feature noch zu mergen. So, jetzt ist alles schön und gut, aber wie ist das Ganze eigentlich wirklich aus? Jetzt mal kurz aufmachen. Jetzt starte ich hier den Projektmanager, der sieht so aus, der ist dazu da, dass man irgendwas hat, wo man drauf doppelklicken kann und nicht den interaktiven Manipulator von Hand starten muss. Dann mache ich hier einfach ein neues Projekt zum Testen. Gpn-Demo Da kommen noch ein bisschen schöneren Titel und mal in gmp drücke ich auf Create. Ach, das stimmt, das habe ich schon gemacht. So, jetzt habe ich hier ein neues Projekt, haben wir entweder das Schematic-Board und den Part-Browser. Da fange ich mal das Schematic auf. Wir nehmen jetzt hier ein leerer Schaltplanblatt. Was ich jetzt als erstes mal machen will, ist ein Part platzieren. Dazu kann ich entweder hier auf Place Part drücken oder kann aus dem Projektmanager den Part-Browser bemühen. Dann bekomme ich hier den Browser, mit dem ich die alte Liste am Fahrzeug suchen kann. Das kommt jetzt nicht gleich auf den JSON-Dateien, sondern die JSON-Dateien werden von dem Programm in die SQLite-Datenbank überführt, dass ich da eben auch begeben und suchen kann. Nehme ich jetzt mal als Beispielpart hier zum Beispiel einen 7-4er-Gatter. Jetzt fragt mich der Manipulator, welches von den Symbolen ich hinzufügen will. Ich fange jetzt mal mit dem Symbol A an. Jetzt habe ich hier an der Maus eben das Symbol kleben. Jetzt habe ich in der Netzliste schon die ganze Entity mit allen Gates drin. Ich habe die Symbole noch nicht im Schaltplan drin. Dann kann ich jetzt hier das Tool verwenden. Place Symbol, mit dem ich praktisch ein Symbol, das es schon in der Netzliste gibt, auch in den Schaltplan holen kann. Dann kann ich hier noch das B-Symbol und nochmal das Symbol für die Power. Was ich hier gesehen habe, das Menü, das kommt, wenn ich die Leertaste drücke, gehe ich einfach in die Übersicht über alle Tools, die ich gerade auswählen kann und noch zusätzlich, welche Taste ich dafür drücken kann, um das schneller auszuwählen. Und kann hier auch nach Tools suchen, wenn ich nicht weiß, wie es gerade heißt. Jetzt ein bisschen was zum Canvas. Ich kann hier ganz normal zoomen und pennen. Das klappt alles recht performant, weil wenn ich zoomen und pennen, muss die CPU gar nichts machen. Die Daten sind alle auf der Grafikkarte, muss einfach nur nochmal von der Grafikkarte neu gerendert werden und das geht eben recht angenehm schnell. Also Nettigkeit, wenn ich jetzt hier pennen, kann ich hier, wie auch bei Blender, einfach durchpennen und kann beliebig weit pennen und finde den Anschlag. Dann, dann machen wir jetzt mal Netz. Verbinde ich jetzt mal zum Beispiel, wenn ich es verschoben habe, den Ausgang hier mit dem Eingang, tue ich einfach auf N für Netline, kriege ich nach unten eingeblendet noch so einen kleinen Tooltip, was ich alles machen kann. Verbinde ich jetzt zum Beispiel jetzt den Ausgang hier mit dem Eingang. Mit Slash kann ich verändern, wie die Leitung abknickt. So, zack, ein Netz gemalt. Jetzt will ich noch zum Beispiel hier an einen Poweranschluss anschließen, eine Masse Pin. Dafür male ich erstmal ein Netz. Jetzt wähle ich das Netz aus, trage da einen Namen ein und sage, der Name ist ein Power-Netz. Jetzt kriege ich auch schon gleich eine Warning, dass jetzt hier das Symbol dafür fehlt. kann ich mit GND, genau, kann ich jetzt hier einfach mit O wie Power, weil P war schon etwas anderes belegt, einen Masse-Symbol platzieren. Ich habe jetzt ein Masse-Symbol. Also, wie man sieht, man kann schon ein Chat-Panel damit malen. Ich kann hier oben auch nochmal ein Netz dran malen. Dann noch ein Label dran setzen. Das hat jetzt noch keinen Namen. Trage ich jetzt meinetwegen hier plus 5 Volt ein. Und jetzt habe ich hier ein Netz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Netz, diesen Netz verbinden will mit einem Label, dann binde ich nicht einfach das Netz hier um, weil das ist ja momentan ein neues Netz. Stattdessen wähle ich das Tool aus mit einem etwas schwierigen Namen. Move Net Segment to Other Net. Das bedeutet jetzt, dass alle Pins, die mit diesem Netz-Segment, sprich mit dieser Linie verbunden sind, mit einem anderen Netz verbunden werden und ihre aktuelle Verbindung verlieren. Gehe ich sie in die Liste von Netzen, wähle ich das Netz plus und voll dauert und zack, ist verbunden. So, jetzt habe ich mal irgend so ein bisschen was im Schaltplan drin. Ich mache noch ein paar mehr. Jetzt hier noch irgendein Konservator mit 100 Nanofahrrad und nur 603 als Package. Kann ich jetzt hier auch noch anschließen. Einmal Power-Symbol für Masse. und jetzt noch mit den plus 5 Volt verbinden. Jetzt wollen wir noch Namen vergeben. Dazu drücke ich auf Annotate. Annotate, zack, habe ich Namen. Drücke ich auf Speichern, wird auch die Netzliste mitgespeichert. Dann wechsle ich zum Board und kann jetzt in dem Board hier das Tool auswählen, Place Package. Das nimmt das Package, das mit dem entsprechenden Part verknüpft war und gibt es mir in Nordsega dran, habe ich jetzt hier das Part von eben von jetzt eben das Package in diesem Fall die SO14 von dem Logi-Gatter. und jetzt hier die Leere ein bisschen umschalten, dass es ein bisschen sinnvoller aussieht. Jetzt hier das Kraut der Leere so ausschalten und das Logi-Massenleeren oft nur ranschalten. Dann sehe ich jetzt hier schon mal mein Part mit den Social Netzenamen und Airwires. Nehme ich noch den Konsenskontaktor dazu. Wie man sieht, ich habe hier auch schon Red-Sness-Linien, die automatisch sich mit dem Next-Linien verbinden. Dann Routen kann ich auch schon. Drücke ich auf X und kann jetzt hier das Netz jetzt hier eine Net-Linie malen, die jetzt momentan leider noch eine Breite von 0 hat, weil es in den Regeln noch nicht definiert war, sodass ich die Regeln noch nicht angewendet habe. Und jetzt habe ich hier eine entsprechende Breite. In den Regeln habe ich weiterhin noch eine Clearance, also kann ich jetzt hier Clearance-Regeln angeben mit praktisch erstem Netz, zweitem Netz und auf welchem der das Ganze gelten soll. So, ich hoffe, ich mache mal so einen kleinen Überblick und dann ist jetzt hoffentlich genug Zeit für Fragen. Applaus Ja, das geht. Ich mache jetzt hier mal einfach einen Abzweig hin, kann ich hier so ein Segment auswählen, jetzt hier wieder angeben, ich will die Breite von den Regeln übernehmen und noch eine eigene Breite einstellen. Ne, das geht momentan nicht. Ah ja, sorry. Die Frage war, ob ich auch Regeln erstellen kann für einzelne Track Segmente. Sonst noch Fragen? Ja, ein paar Fragen sogar. Ich habe irgendwie in meinem früheren Leben ziemlich viel mit Igel gearbeitet und war damit immer unzufrieden, aber jetzt arbeite ich mit Allegro und bin noch viel unzufriedener. Und ein Grund für diese Unzufriedenheit ist tatsächlich der Padstack-Editor, weil der schlicht und ergreifend nervt. Also wenn ich sozusagen einfach schnell ein Pad oder meinetwegen, ich muss einfach aus verschiedenen Gründen beispielsweise, weil die Bestückung irgendwie anders ist, muss ich das Verhältnis von, sagen wir mal Stop oder von Lötschablone zur Padgröße muss ich ändern. Da muss ich bei Allegro mit einem bestimmten Tool, was dann alle Pads durchsucht und alle Pads dann irgendwie ändert, jedes einzelne Pad verändern, wenn es blöd läuft, manuell, um diese Regel zu ändern. Und deswegen hätte ich so eine kleine Anregung, nämlich, dass man wenigstens vielleicht über ein externes Tool oder ich weiß nicht, wie du es dir vorstellst, aber wenigstens die Möglichkeit bietet, einzelne Pads, einzelne Grundformen meinetwegen rechtdeckig dann parametrisiert zu erstellen, direkt während man das Symbol erstellt. Ja, genau sowas ähnliches, aber auch schon geplant. Das ist jetzt ein bisschen anders. Die Idee war, dass man mit, wie jetzt genau, muss man überlegen, mit irgendeiner kleinen Skriptsprache oder so, auf einen, wenn das Package auf dem Board ist, auf die Pads Operationen anwenden kann, die praktisch Parameter vom Board kriegen, zum Beispiel Abstand zwischen Pad und Lötstopp-Maske, dann wird modifiziert, dieses Skript, dann eben die Abstände von jetzt Pad und Lötstopp-Maske eben, dass man das Parametriebe hat und nicht dieser Abstand schon fest in die Library reingebacken ist. Und dann habe ich nur noch eine kleine andere Frage, und zwar, wie ist denn jetzt die GUI implementiert? Ich sehe es nicht ganz. Die GUI, das ist alles GTK. Das Rendering hier innen drin, das ist alles eine GTK-GL-Area, die es ja GTK noch nicht allzu lange gibt. Das ist halt immer das Rendering, wie beschrieben, wie beschrieben gehe ich mit OpenGL. Und die GUI drumherum, die ist einfach GTK, manches ist mit Late gemacht, manches ist halt einfach programmatisch hinzugefügt. Und hattest du auch überlegt oder in Betracht gezogen, überhaupt das vielleicht browserbasiert zu machen? Überhaupt nicht. Nee, weil für die Browser ist dafür einfach die vollkommen falsche Plattform. Und GUIs mit Late zu machen ist einfach so viel bequem als irgendwie HTML und JavaScript. Also Browser war für mich nie eine Option. Gar nicht. Wirklich nie. Gut, danke. Weil CAD im Browser, einfach nein. Danke. Ich habe eine Frage. Es gibt ja da oben diesen PDF-Export. Ist das einfach nur ein Print oder ist das ein intelligenter Export, wo man auch den Symbolen folgen kann? Nee, momentan ist der PDF-Export ziemlich doof. Der war einfach nur so gemacht, weil er einfach war. Ich nehme praktisch einfach, was ich auf die Grafikkarte schmeißen würde. Das heißt, meine Triangle-Datenstruktur mit Linien und Dreiecken eben. Und ich rende die mit Kairon-PDF rein. Also überhaupt nicht schlau ist momentan. Aber war jetzt auch keine so hohe Priorität, dass man denkt, dass ich das irgendwie Motivation war, es besser zu machen erstmal. Aber ja, für eine Option. Ja, noch eine kurze Frage. Gibt es auch Pläne für differenzielle Leitungen oder Impedanz angepasste Leitungen, also Richtung Layout? Differenzielle Leitungen, die kommen hoffentlich, wenn ich den Kikadrouter eingebaut habe, weil keine differenziellen Leitungen. Dann werden wir das Problem damit schon mal erschlagen. Und Impedanz angepasste Leitungen gehen ja schon beinahe jetzt, weil ich kann ja praktisch für eine Leitung kann ich den Regeln angeben. Wie breit sie sein soll, jetzt für Single-Ended-Leitungen und wie groß der Abstand sein soll. Also im Single-Ended würde ich schon so halbwegs gehen. Okay, danke. Ja, cooles Projekt. Also vielen Dank für den Vortrag. Ich habe in der Vergangenheit viel mit Kikad gearbeitet. Das ist in den letzten zwei Jahren oder so ist das schon erheblich besser geworden. Und adressiert also so in meinem Gefühl auch einige der Beschwerden, die du auf den ersten zwei Folien geäußert hast. Warum hast du dich dafür entschieden, ein neues Projekt anzufangen, anstatt die Schwächen, die Kikad im Moment hat, dort zu verbessern? Ja, die Frage habe ich gerechnet. Das habe ich mir gedacht, deshalb habe ich versucht, sie gemäßig zu formulieren. Ja, also meine Sache war, die mich gestört hat, war, dass man momentan der Fokus von Entwicklung ein bisschen praktisch nicht da ist, wo ich ihn sehen möchte. Zum Beispiel, das Layout des Mittel ist wirklich sehr, sehr gut geworden, seitdem es Terner daran gearbeitet hat. Aber der Schaltplan ist, finde ich, immer noch fürchterlich, dass man einfach in 2016, in 2017 Schaltplan hat, der beim Zoom und Pen laggt und beim Verschieben von Worten einen Grafikfehler macht. Ja, eben. Und das war auch so einer meiner ersten Punkte, einen gescheiten Schaltplan-Editor zu machen. Und halt auch viele Dinge, die werden praktisch mit so großen Umbauten verbunden, wie zum Beispiel, dass der Schaltplan-Editor ein Kikad. Mehrere Seiten pro Hierarchie-Ebene kann. Denke ich mal, schon ein echt großer Umbau ist konzeptionell. Ebenso wie das Library-System. Da hatte ich so gesehen, dass es eigentlich einfacher ist, praktisch mal frisch von vorne anzufangen. Und eine Code-Basis hat, die nicht C++ von vor 20 Jahren noch beinhaltet, mit Dingen, die man vor 20 Jahren für gut befunden hat. Und eben auch ein Rendering zu machen mit OpenGL 3. Kikad sind ja auch OpenGL, aber halt eben das alte OpenGL 2, was immer noch funktionieren wird, aber jetzt nicht dementsprechend, was heutzutage Grafikkarten sind. Ja, aber ich meine, du rennst ja da nicht viel. Du rennst ja da nicht viel. Du rennst irgendwie ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Dreiecke. Also ich meine, die Grafikkarten werden nicht überfordern, nur weil du irgendwie den Standart von vor drei Jahren benutzt. Ja, aber ich wollte es einfach einmal schön machen. Ja, okay. Und das war auch so ein bisschen so, wie man es decken kann, so Spieltrieb dabei. Ich hatte schon die Idee ein bisschen mit längerem Kopf gehabt. Und ja. Okay, vielen Dank. Jetzt als, sagen wir mal, Privatmentor, was hast du als Usability Features noch vor? Ich habe jetzt gesehen, Symbole setzen auf dem Schaltplan ist sehr, sehr, sagen wir mal, zeitaufwendig, weil ich immer alle Subsymbole einzeln setzen muss. Ist da irgendwas in Aussicht, was du vorhast oder ist es dir gerade nicht so wichtig? Ja, das kommt darauf an, wenn mich irgendjemand mal darauf anspricht und wirklich sagt, mich nervt es gerade momentan furchtbar, dann baue ich es um. Momentan ist es halt so, ich baue gerade momentan so die Dinge ein, die mich gerade am meisten stören. Und momentan liegt meine Schwerpunktentwicklung mehr so im Bereich von Bord und EHC. Und Schaltplan ist jetzt momentan nicht so der Schwerpunkt, aber viele von den Änderungen sind teilweise wirklich recht einfach. Und ich verbinde es bis jetzt einfach zu voll dazu. Aber jetzt zum Beispiel Symbole platzieren ist jetzt, wenn ich einen Part habe, das nur ein Symbol ist, der ist schon ein Widerstand. Ich gehe einfach auf Place Part, gebe jetzt hier meinetwegen C ein mit 47 Nano-Fahrrad, Doppelklick drauf, zack, habe ich das Symbol drin. Ist ja nur eben ein bisschen umständlicher bei Parts mit mehreren Symbolen, aber das kann auch einfach besser werden. Entschuldigung, ich muss nochmal eine Frage zum Pads-Deck-Editor stellen. Und zwar, wenn man beispielsweise Bonding-Areas für Chip erstellen möchte, dann ist es wichtig, dass man viele Pads gleichzeitig editiert auf einer Fläche. Also ich will beispielsweise eines vergrößern und deshalb muss das andere verkleinert werden. Oder ich habe eine komplexe Shape und ich muss einen Pad irgendwo einpassen. Bei Allegro geht das nicht. Also bei Allegro muss man dann irgendwie selbst einen Workaround zusammenfrickeln. Oder man designt es in einem anderen Tool und übernimmt dann die Maße oder so. Es ist eine Katastrophe. Hast du da eine Strategie? Was meinst du jetzt so genau? Ich habe gerade nicht so ganz verstanden, was du erreichen willst. Also ich habe einfach eine komplexe Anordnung von Pads in einem Symbol. Beispielsweise ist ein Pad in irgendeiner Weise embedded in einem anderen und dieses Pad muss ich jetzt vergrößern aus irgendwelchen Gründen. Dann muss ich das Loch in dem anderen Pad verkleinern. Und wenn ich die jetzt nicht gleichzeitig editieren kann, dann muss ich die Symbole sequenziell immer öffnen und schließen, öffnen und schließen, checken, ob es funktioniert. Das Pad neu erstellen und so weiter. Das ist schrecklich. Und gerade wenn man Chips designt, dann macht man sowas ständig, weil man diese Bond-Places braucht. Und da kann sowas Wochen kosten plötzlich. Und deswegen wäre es gut, sozusagen die Möglichkeit zu haben, in irgendeiner Ebene mehrere Pads gleichzeitig zu editieren. Beziehungsweise ein Pad an sich im Package hat eigentlich bis auf Position und Rotation keine Attribute. Das kommt alles aus dem Pad-Stack raus. Und Pad-Stacks kann ich einfach so viele Editoren aufmachen, wie ich will. Und die sind dann praktisch auch referenziert. Das heißt, wenn ich das Pad-Speicher und dann das Package auf- und aufmache, dann ist das neue Pad-Stack auch drin. Aber jetzt so Horizon richtet sich mehr so an Hobbyist bis Semiprofessionelle. Und da machen ja, denke ich mal, die wenigsten so Chip-and-Boar-Technologien. Sonst noch Fragen? Und zwar geht es um die parametrische oder prozedurale Bearbeitung. Also ich würde mir gerne mal wünschen, dass es sowas gibt, zum Beispiel für Stiftleisten oder irgendwelche IC-Packages, dass man einfach nur Parameter hat, wie zum Beispiel der Abstand ist so und dann so viele Pins. Und da gibt es halt nur das eine Bauteil, was eben sozusagen relativ intelligent gestaltet ist. Und das wird dann halt einfach angepasst da drin, wenn man den Parameter ändert. Ist sowas vorgesehen? Ja, das wäre so ein gewissermaßen denkbar mit dieser Sache, die ich da eben angesprochen hatte, dass ich praktisch, wenn ich einen Part praktisch in ein Package ins Board lade, dass das Package-Standard von dem Skript angepasst werden kann. Das wäre dann zum Beispiel damit machbar. Und diese Parameter können dann eben auch aus dem Part kommen. Das heißt, ich habe einmal ein generisches Package, das jetzt irgendwie Pin-Leiste 1 mal X ist. Und dann, wenn ich jetzt einen Part anlege, das jetzt zum Beispiel irgendwie Pin-Leiste 1 mal 40 von einem bestimmten Hersteller ist, können dieses Part in den Package-Parameter mitgeben, 40 Pins, Rastermaß 2 und 4 Millimeter. Aber ich brauche halt für jedes praktisch Part, was ich auf dem Board habe, brauche ich auch einen Part in dem Pool drin, dass ich einfach einen Baum exportieren kann und sofort weiß, was ich kaufen muss. Okay, also das wären dann wie einzelne Parts, die dann am Ende entstehen. Genau, ich würde praktisch nur einmal ein Package haben, das praktisch klinierisch ist und dann halt eben für jede Variation ein eigenes Part. Okay, dass das dann immer neu erzeugt wird für jeden einzelnen Teil. Genau, weil drei britische Parts kann man leider nicht kaufen. Okay. Noch eine andere Frage. Hattest du auch darüber nachgedacht, Array-Notationen für Leitungsnamen zu verwenden beispielsweise? Also wenn ich einen 8-Bit-Bus habe, dass ich den dann wie ein Array benennen kann und dann in einer Leitung tatsächlich acht Leitungen stecken? Das ist jetzt nicht so, aber ich habe praktisch Busse. Das war so mit dem Hintergedanken, dass man eigentlich so heutzutage die meisten Busse nicht so parallele Busse sind. Das sind dann mehr sowas wie als passiert oder so, die man einmal zeigen. Ich kann jetzt hier meinen Bus anlegen. Ich kann zum Beispiel nennen i2c main. Ich kann jetzt einfach einen Member geben, sda, Netzname setzen und noch einen Member, scl und auch den Netzname setzen. Dann habe ich einen Bus angelegt. Dazu kann ich jetzt hier mit U ein Bus-Label platzieren. Jetzt kann ich an den Bus-Label eine Leitung malen. Dann habe ich jetzt hier einen Bus. Da kann ich dann einen Busripper dran setzen, mit dem ich dann aus dem Bus die einzelnen Netze rausziehen kann. Und habe dann jetzt hier meine Netze für jetzt eben sda und scl, die dann auch gleich entsprechend heißen. Nice. Ja, und man hat wirklich einen Bus, der weiß, was gehört zu mir und nicht ein Bus, der einfach nur ein Bild ist. Und praktisch, dass die Zuordnung eigentlich nur über den Netznamen geht. Heißt, diese Labels hier werden jetzt eigentlich auch überflüssig, weil es nur zur Demo dran. Aber praktisch das Netz hier, wenn es auch ausfällt, weiß es trotzdem, es ist das Netz aus diesem Bus. Sehr cool. Auch noch so eine Sache, wenn ich jetzt hier zwei Netze verbinde. Ich habe zum Beispiel ein Netz A, hier ein Netz B, sagt mir, das sagt es mir hier zuerst. Ich habe hier ein Netzsegment, das hat einen Namen, aber hat kein Label dran. Soll ein Netz mit Namen, könnte ja mit einem anderen Netz verbunden sein, durch den Namen eben. Da gibt es hier die Warning, dass das Label fehlt. Weil so könnte ich ja praktisch eine Verbindung haben, die zwar da ist, die Netzliste, aber ich im Schattenland nicht sehe. Mache ich hier das Label dran und dann ist die Warning weg. Wenn ich zum Beispiel das Netz hier mit eben dem Netz hier verbinden will, merkt es Horizon. Weil ich weiß, diese Linie hier gehört zu dem Netz, die andere Linie ist zum anderen Netz. Jetzt frage ich mich, wie ich jetzt die Netze verbinden möchte, ob ich jetzt, wie ich praktisch welches Netz, wie ich das Netz jetzt aufreden soll. Und ich kann auch undo machen, wenn ich das gut beendet habe, Steuerung Z und wieder weg. Dann, vielen Dank. Vielen Dank. demonstrate. Untertitelung des ZDF, 2020